Auktionsleiter Uwe Heckmann ist in seinem Element. Bei der 83. Elite-Auktion der Oldenburger Herbstauslese kommen 48 Sporteliten und 37 Elite-Fohlen unter den Hammer. 31.000 Euro und 31.000 Euro. Und für USA Gehalte einmal 31.000 Euro. Und vielleicht Kanada quasi sehen und 31.000 Euro. Und 31.000 Euro einmal. Und 31.000 Euro. Schön. 33.000 Euro nach USA. Dabei sind nicht nur Käufer aus unserer Region, sondern von weltweit. Diese sind oft über Telefon oder Internet mit jemandem in der Reithalle verbunden, der für sie stellvertretend die Gebote abgibt. Zwei und zwei.